Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Wartner Folge von Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Wartner Folge von Jungio, der Gäste auf der Duellist Schwierige Leber, glaub ich Ich kann dir noch mal kurz nachgucken Zumitten in der Aufnahme Kann man doch mal einfach mal machen Wolltet man nicht in den guten Ansteinen Äh, wo ist denn das für ein Spielnacht? Da So Ne, 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 gegen Lexus Ich bin richtig, ja, ups, sobald ich gar nicht bin Ach, schlatsch auf So Heuer Fehlzen ist Ach, hm, 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 schluss ich beschwöre ein ich bin zurück das sagst du ja 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 ich bin sein hat und nicht nicht die moore tschu-tschu ich schwöre 2 auf und seines hornbohr zum kämpfen motherfucker und den verteidigen des modus i end my turn ihr wollt sind übrigens alle scheußer also ich habe keine angst gegen den ich habe keine angst was so wird bastet ja nur dann explodieren abtrag explodiert rache und jener explodiert rache vom fahrer kraftbundes finach so online mit 800 angriff ich habe keine karten und unlucky stress kann direkt angreifend elegante wohl schütteln entschied die mir die wohltat ich habe keine dumme entscheidung getroffen habe ich bestimmt nicht denn ich mache keine dummen entscheidung weil ich bin der beste und diese leute sagen niemand ist perfekt aber auch nur weil sie mich fixe bräunig kennen nein ich möchte nicht direkt angreifen und schon der monster des themen greifen kannst du schon weil es tausend wichtiger ist so schon neu auf der hand aber auch bewusst bewegt man auch voll drama an sich hat nicht überhaupt ich habe ich weiß dass die übertrieben kacke müssen und dadurch nicht übertrieben einhand der gerechtigkeit ein ein Nein, ich fand Timimimi aus, ich wurde eine makabare Jungfrau. Und set down, fix down, I end my car. Yo. Karne macht der Kuchensohn. Ah. Ah, nachdem ich hatte ihn, hat er den Angriff. Er hat das bekommen, was er so trinkt wollte. Ja. Ich meine, pfff, pfff. Wer wäre fix, hat die euch die Welt, die das nicht passieren sollte. Was wäre fix, hat die euch die Welt nicht passieren sollte. Was wäre fix, hat die euch die Welt nicht passieren sollte. Septemnm. Er hat noch einen Käse. Als ob er einen Film nochmal bekommt. Gut job Wyatt. gut schafft ist irgendwie ein weg für meinen dunklen magier mädchen spezial zu beschwören wisst ihr einzug früher einzug früher bestimmt bekommt er jetzt noch ein käser noch ein hatte man und kommt dann noch mal den selben effekt wo er ihr angriffspunkt dazu kommt statt zu verlieren erläutern mit die kreis übrigens nicht aufschlagen könnte ich werde ich nicht wobei könnte eigentlich nicht mehr der bekannte zeit aus oder hat der nur auf 15 minuten machen die zeit hat übrigens wasser kind kämpfer habe ich nur einmal mit decke ich will ja nicht sagen aber ich wollte pokal ist das so verboten meist von mir ist andere damit so noch mal was schon was du drauf ja schiet ja geil und ruhig wie das präger da breche ich jetzt alle knochen ja scheiße der preis die stelle knochen also jetzt erst mal decken danach so fick ich dein kaiser dein käuber ein kreuzer ich will nützen nach mit koi war es gibt ja gut umkehrungen schicksals warum hat das nicht verwendet und spiel für zauber kräft warum mache ich das warum warum mache ich das ja ich gewann da hatte ich meine verrechte karte kreist das mag hier das war der ganz namen ein profi er ist kein extra monstern die aktangriff noch ein stand der gelehrten dann kann ich dunkle magas spiel beschwören nach hast du gedacht ich lasse dich einfach so nur einsetzen kannst du da schwarz loch genau die hast ist ja nicht verwurten oder so nein und noch ein stein gelachen bringen auch nichts die brechers effekte vernichtet eine versteckte karte monster kabel mich die mir auf die mir auf 2 ist von 3 auf 2 gibt mir ein auf dem meines ii auf dem meines ii auf dem meines ein erster meines das auge von timmeos source code lol kaputt akkord barriere bringt mich pro dunkler magischer form ist ein ernst mit mir das auge von team danke danke macht und es war ja mit schon ein dunkles kawaii mädchen ich versuche mir das dunkle kawaii mädchen mit und er hatte dunkles kawaii mädchen die drachen ritterin kawaii und aktiviere auch gleich ihren spezialeffekt ich werfe eine karte ab egal welche und zerstöre damit ein marshmallow greife an ein häuser ist klang ein häuser war das nicht eigentlich nie im zeit gesagt das dunkle kawaii mädchen dafür dass das angreifen mvp status zukunftsänderung auch mein kopf und stumm na gut na gut na gut wo ich auch mal deckt kann man ja auch mal verwenden im plär die viel zu größte brüste für den alter hat er holst auch mal amt ich bin schwörer schwarze rohe jammer hast wohl so gedacht war und ja mal an als ich mich noch mal so fast an I'm sure about that warte mal hätte ich nicht den effekt oh mein gott mein gott ich bin dumm ich bin dumm ich habe den effekt von ojama land vergessen und ein fahrer kann man zwei leck mich suchen oh mein gott danke du oh pixie litta and this little f a f ow ow oh oh you're sure about that hm 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 kein ich muss die schwarze magie ritten aufhauen kann ich nicht wie er ab ich glaube ja ja und ja muss der scheiße mit dem mann mal schauen was sind kann von christophie sport 1 zu er scheint sehr und ich kann nicht lesen und zu für uns das mit uns vielleicht gut 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 und zu uns und zu uns them 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 you're sure about that dude dude Todd and no weißt ja weißt du nicht und dann ist schon mama bernstein mammut muss sich aus mit kristalle freisetzen und dann ist auch ein neuer ich mag tüte mann das modus mit menschen muss dann monster an und zwar könnte ich direkt meine endphase 2 aktiv ist mag schüttel das effekt und kann dann muss angriffen hatten die verteidigungsmodus setzen I ain't my turn your move a set so mo you're sure about that I ain't my turn you sure about that I ain't my turn come on schon amit ist gott I believe in you kristall fahre ernst ich bin nur anzug scheiße ich habe keine karten mit denen sich heilt doch hat sie weiter sind los gibt mir doch gute karten oder doch jeder gibt es mit dorki ja die 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 nein 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 x2 sie sommern ich habe es mir gemacht gut da ja mann da ja wo du hast einen chance erfasst effekt von kristall freizeit zu kann nicht aktiviert werden was habe ich denn was hätte ich denn anders machen können sagst mir da steht wenn diese karte vom spielfeld auf dem friedhof gelegt wird weil ich ein monster beschwunden habe und dadurch diese karte auf dem friedhof gelegt wurde konnte ich den effekt nicht aktiviert was das ist für eine scheiße woher sagt das müssen wir eins von uns ausgestören und das wäre ja ja kommt ja amit ist stucato ich aktiviere ein monsthaft effekt niemein abgestürzt die dann stößt ein friedensbote es ist special zusammen aber ist okay alles gut fixiering es könnte es wird die ganze muss mit 1300 nicht mehr angreifen wauw wauw alle kathos da you sure about that tschüss nach 24 minuten auf ja genau holz und holz und holz die wirst ein effekt ich lege die auf dem friedhof und zerstört ein schweizfreundes nein ich will hier auf dem friedhof ist die tausend mal effizienter ich habe die brett schnaupte ich hätte einfach schon das kind sollen es ist ganz voll das hat nun von mir da kommt lebt um dumm 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 ja komplett um ja genau mein kristall bei jenisch die schwerkraft links was mir ihnen erstmal nichts bringt nein mein kristall das tage frisatz frisatz setzung frisatz setzung habe ich jetzt gesagt habe ich gesagt was so gedacht ich habe mir etwas in der zeitigen lager was bringt nein na gut ich habe ich noch ja ja ich habe die effekte von meinen das kann stehen hier spezial beschwören es hilft mit grad in der momentanen lage ist sehr sehr gut du hast eine chance verpasst obwohl du keine andere chance hatte ich mimi tschüss noch zu dafür sorgen zweites verstört seine strategie bringt mir nichts bringt dir nichts tschuldigung nein dies wird um würde ich das machen fein stürt ich habe ich nicht wie viele von den karten hat sie noch einmal vergessen vergessen ich habe die spielreden vergessen ich dummarschen das es würde sich gut an das füttelt sich sehr gut ja ich habe ein kombo kaputt gemacht ja du ja ja eine hule ja so ein feuerprinzess bringt gar nicht sofort du fahrt du fahrt du fahrt du fahrt die koste eine chance jetzt teilen zu scheiße ja kristall singt geil also für gar nicht genau zwei habe ich nicht gut es hat echt aufhören so gut zu sagen weil das ist echt nicht gut wenn ich so gut bin für die anderen ist nicht so gut aber für mich ist natürlich perfekt wir haben jetzt ein katz nach gewahrt der angriff amethystokato von einem dual wir sind aber der nächste folge dritten und letzte staffel von jacks eigentlich war es nicht die letzte staffel nur die letzte staffel wurde nie gedacht und deshalb gibt sie ja auch nicht diese hohen schau